Sag mal, findest du blonde oder dunkle Haare schöner an Frauen? Beides, aber eher mehr blonde. Ganz blonde, jetzt nichts gegen blonde, aber ich finde das nicht so möglich. Ich persönlich finde dunkle Haare schöner. Also dunkle Haare. Dunkle Haare. Dunkle Haare sind besser. Das ist mein Typ, ist mein Typ. Also ist automatisch so. Ich bin da ehrlich, ja. Braune. Braune. Dunkle. Ja. Hellbraune am besten. Braune ist komplett mein Typ. Braune mit Locken am besten noch. Das wird mehr Südländer, gefällt mir mehr halt. Ich weiss nicht wieso, es ist einfach Geschmackssache.